Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Philipp, sondern euch auch. Herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock. Und wir sind ja wieder bei diesem komischen Ding. Aber leider ist es jetzt ein bisschen wieder hängen geblieben, aber ist egal. Das macht ja nichts, dass ich hier... Ja, was mache ich hier? Ein bisschen zurückhängen, dann muss ich es nochmal neu machen. Oops. Ja, was mache ich hier? Ja, was mache ich hier? Ja, was mache ich hier? Und hier geht's ja richtig ab. Ja, was mache ich hier? Hat er gar nichts liegen gelassen? Wo muss ich denn lang? Uh, Geld. Geld regiert die Welt. Achja, wir waren das letzte Mal hier vor dem schönen Tor. Tut mir leid, dass ich das jetzt so nachgespielt habe, aber es ging nicht anders. Hm, wir sind hier in so einem komischen, düsteren Raum. Sieht nicht gerade erfreulich aus. Und wenn die Angel Columbia gab es an den Founders die Tools für eine neue Eden, sie haben das gemacht, ohne Hesitation. Für 85 Jahre, sie haben den Weg des Herrn. Aber als der große Apostel kam, er hat einen Krieg mit ihm gebracht. Und die Böden von Eden wurden mit den Blüten der Brüder. Die einzige Emancipation, die er hatte, war der Tod. Da hat wieder der Zachary was schönes erzählt. Voll gruselig hier. Voll verstörend. Aber kann man anscheinend nicht ändern. Aber es ist schon gruselig hier. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, was man hier tut. Und so, der Prophet hat uns in Pekin gebracht. Und wir demonstrieren, in dem Sorrowen zuvor, die wirkliche Vision unserer Böden gegeben hat. Und wenn die Mannschaft und die Hippocraten... ... für Kolumbien... Was ist das? Halt! Keep shooting! I'll kill you! Don't let him move! No match. Komm schon! Das ist doch was Gutes. Das ist doch was Gutes. Emancipator emancipating the Negro from, from his daily bread, from the nobility of honest work, from wealthy patrons who sponsored them from cradle to grave, from clothing and shelter. And what have they done for their freedom? Why, go to Finkton and you shall find out. No animal is born free, except the white man. And it is our burden to care for the rest of creation. And it goes to the top of the world. And it goes to the top of the world. And it goes to the top. Ich muss gerade technische Probleme lösen. Mal kurz gucken. Tut mir leid jetzt, aber es geht nicht anders. Hm, naja, egal. Auto-Saving. Brauchen wir irgendwas, ein Health-Kit, Machine-Gun-Ammo, so wir haben alles. Schön einsammeln. Noch eins, ey. Ich muss mal kurz was gucken. Ich muss gucken, wie das war mit File. File. Hm. Ich glaub die Trap war langer drüben. Bobentor. Oh. Oh Gott. Das tut weh. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Puh, ich bin ein echter Babo. Oh ja, das ist ein neuer. Was? Was passiert hier? E? 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 Nest? E? 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 richtig brutal hier schön nachladen das war was anderes in die europa ok sie kriegt und will auch so für uns da kann man alles nachlesen mir fehlten die man jetzt hier oben die man jetzt hier ich kann Mal gucken, was hier so abgeht. Hmm. Ooh. Richtig brutal hier. Heißt hier überhaupt was? Das ist ja gar nichts, was mache ich da hier? Das ist ja wirklich gar nichts. Das ist ja 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 gar nichts. Und ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren wäre natürlich besser. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und nach diesem Ladebildschirm. Das ist ja gar nichts. 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 Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann kommen wir uns mal wieder. Und dann können wir uns mal wieder. Und dann können wir uns mal wieder runter.